Mein Name ist Simon Ernst von der Koordination gegen Bayer Gefahren. Ich spreche als Bevollmächtigter. Der Chemiekonzern Bayer oder Bayer Monsanto, wie man ihn richtigerweise nennen sollte, ist eine Gefahr für die Weltgesellschaft. In mehr als 150 Ländern verkauft er das giftige Pestizid Glyphosat. Und das gefährdet Arbeiterinnen und Arbeiter, Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland und weltweit. Es lässt Insekten und Vögel massenweise sterben und zerstört die Böden. In den USA zahlt Bayer 10 Milliarden Dollar Entschädigungen an Krebserkrankte wegen diesem Agrargift Glyphosat. Während hier die Regierung und EU-Kommission weiter beide Augen zudrücken. Um die Profite von Bayer Monsanto nicht zu gefährden, machen sie das. Damit muss Schluss sein. Profit kann nicht das Prinzip sein, nach dem die Ernährung und Landwirtschaft sich zu organisieren hat, weder hierzulande noch weltweit. Es muss um gesellschaftliche Bedürfnisse gehen, statt um Profitmacherei. Deshalb fordern wir von der Koordination gegen Bayer Gefahren seit Jahren einen Stopp der Glyphosatproduktion. Das Agrargift muss vom Markt. Und es gehört längst verboten. Gesundheitsschutz von Millionen darf nicht für die Dividenden einiger Großaktionäre geopfert werden. Dass Vögel und Insekten sterben, muss gestoppt werden. Glyphosatstopp jetzt. Glyphosat Sorb-Kapier aus dem Bereich ist es Geschmackverfahren. Glyphosatstopp. 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 Glyphosatstopp.